In der Soziologie beschreibt der Begriff Exotismus die Einstellung gegenüber Fremden, insbesondere gegenüber fremden Kulturen. Diese Einstellung ist oft von Stereotypen geprägt. Indem die fremde Kultur auf bestimmte Merkmale reduziert wird, kann keine unvoreingenommene intensive Beschäftigung mit dieser Kultur stattfinden. Exotismus umfasst deshalb viele positive Aspekte wie Faszination, Verständnis und Sympathie für das Fremde, aber auch negative Aspekte wie Rassismus und Imperialismus.